Oh, ich werde verschaffen. Ja, ich auch. Ich gehe hier hinten hinter der Mauer in Deckung. Ja, ich habe die Kuppe hier als Deckung, aber das hilft halt nicht. Er ist rausgesprungen. Der ist noch mal im Team. Da unten ist es auch einer. Der ist ja immer noch da unten, der andere. Gedaunt. Hab nicht erwischt, Scheiße. Okay, confirmed, ja. Aber hinter uns rechts vom Gefängnis kommen jetzt bestimmt noch herunter gleich. So aufpassen, kommt hier. Ja, da ist einer. Ich hau in den, in die, in die Safe Zone dann gleich den Cluster rein. Ja. Oh, das gibt gleich einen Abfuck da unten. Achtung, Baustelle, wenn du geclustert. Geh da nicht rein, geh da, ach du, dich kann ich glaube nicht helfen. Nee, passt. 2 gegen 2. 3 Tipps aber. Zwei einzelne. Wir sagen, ich stehe super. Du auch. Die sind links von uns auf jeden Fall. Lassen sie sich erstmal gegenseitig erledigen und dann holen wir uns die Falk. Der ist bei mir. Ja, der läuft da. Ja, der läuft da. Gedaunt. Hab ihn. Bei mir läuft was. Ich geh mit dem Gas, ich geh in der Maske. Oh, ich hab keine. Der ist bei dir. Da hinten. Ah, hack mich. Scheiße. Ist auf dem Radar, holen wir. Da. Links von dir jetzt. Links von dir. Links von dir. Ich hab sogar noch überlebt. Ich hab mich noch aufstellen können. Sehr geil. Ich hab mich noch überlebt. Sehr cool.